Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Es ist ein bisschen dunkel hier geworden, aber eigentlich haben wir gerade richtig tolle Fotos im tollen Sonnenlicht gemacht, nämlich zur besten Fotostunde. Und ich würde sagen, wir legen direkt mit dem Tutorial los nach dem Intro. Kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar so ein bisschen ist es das Setup an sich. Und ich möchte noch ein kleines bisschen darüber sprechen, warum hier jetzt gerade Dauerlicht. Ich weiß aus Erfahrung, dass ganz oft die Frage herrscht, wann fotografiert man jetzt mit Blitzlicht, wann Aufdeckblitz, wann braucht man das, wann braucht man das. Im Grunde kann man alles zusammen formulieren und sagen, man braucht eigentlich ganz selten irgendwas ganz Spezielles. Denn man kann mit ganz vielen Mitteln, ja, viele Wege führen nach Rom. Man kann mit ganz vielen Mitteln zu seinem Ziel kommen. Natürlich ist das eine oder andere sinnhaft zu verwenden. Und genau diesem Falle hier heute haben wir mit Dauerlicht fotografiert, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel einfacher ist. Hinter mir ging ja die Sonne unter. Die Sonne hat genau in diese alten Fenster geschienen. Und wir hatten noch unsere mini kleine Nebelmaschine dabei. Übrigens, ein Tipp, wer als Fotograf so eine Nebelmaschine nicht hat, echt blöde, muss man einfach sagen. Das ist so stimmig, das ist so tiefe, das ist so, das ist einfach toll mit Nebel zu arbeiten. Und diese kleine Nebelmaschine, die kostet echt einen Witz, geht überall rein und die braucht auch wirklich nicht viel Platz. Wir haben diesen Nebel, ganz normalen Disco-Nebel, das ist jetzt keine besonderen Hazel oder sonst was, einfach immer wieder so stoßweise in den Raum gelassen und haben damit diese Sonnenstrahlen, die so durch das Fenster reinkamen, in eine wirkliche Strahlenwelt verwandelt. Jetzt ist das Problem, wenn man mit sowas fotografieren möchte, wenn man wirklich Fotos machen möchte, wo diese Sonnenstrahlen drauf sind, dann ist es ganz knapp eine Belichtungsfrage. Wenn man zu hell belichtet, dann brennt es einfach komplett hinten aus, macht man zu dunkel, hat man diese Farbe und diese Intensität nicht drauf. Das heißt, man muss extrem gut spielen und man muss natürlich auch eine gute Kamera haben, mit einer soliden Dynamik. Aber ehrlich gesagt, heutzutage alle Kameras, egal ob MFT, APS-C oder Vollformat, die können das wunderbar machen. Also das hängt nicht an eine Vollformat-Kamera, in dem Fall übrigens eine S1 von Lumix, keine S1 eher, eine S1, ganz normal Vollformat, 24 oder 26 Megapixel. Das hängt nicht mit dieser Kamera zusammen. Gut, jetzt kommt die Lichtquelle von vorne. Wir haben ja nur die Sonne, die da unten geht und jetzt habe ich hier eine Dauerlicht-Diffusions-Kombo aufgebaut. Das ist ein Klassiker aus der Film-Ecke und auch übrigens das Licht, was wir verwenden, das Jinbei EF 400 LED-Panel, schlag mich tot, bipapup, wir blenden einfach den Namen hier ein. Das ist ein Panel. Diese Panel haben sich eigentlich gebildet aus Flächenleuchten. Flächenleuchten waren solche Leuchten, die mit mehreren Neonröhren innen drin eine Fläche gebildet haben. Und das hat man oftmals verwendet, weil es eigentlich sehr effizient war. Man hatte gleichzeitig Lichtfläche, Weichheit, aber man hat eben kein Diffusionstuch davor gehabt und man konnte eigentlich direkt damit arbeiten. Zwischenzeitlich sind wir angekommen im Jahr 2020 und Jinbei hat auf den Markt gebracht ein 400 Watt Eingangsleistungs-LED. Das ist richtig, richtig stark. Bicolor LED-Tageslicht, in dem Fall übrigens haben wir 100% Tageslicht verwendet. Das haben wir hier genutzt und haben es nochmal durch so ein Newer Faltreflektor zweimal 1,40 Meter gejagt. Der Faltreflektor können wir aus anderen Videos ganz einfach auffalten. Das ist ein Diffusionsreflektor oder ein Diffusionstuch. Den haben wir einfach durchgeschossen und genommen, um überhaupt die Lichtquelle noch weicher zu bekommen. Das bedeutet, wir haben eine sowieso schon weiche Lichtquelle, das Flächenpanel oder das Panel Flächenleuchte in Deutsch und diffusieren das nochmal auf. Das kostet natürlich ordentlich Leistung. Das war mein Nenni, weil ich gerade so gucke. Das tut mir leid. Das war nicht lautlos. Aber das kostet ordentlich Leistung. Was wir hier also gemacht haben und warum Dauerlicht hier so sinnvoll ist, eigentlich mit jeder Sekunde wird das Licht im Hintergrund schwächer und schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. Und was man konstant macht, ist, man dreht konstant die Leistung mit runter und versucht bei jedem Schuss, so gut es geht, an dieser Helligkeitsschwelle dran zu bleiben, wo diese Leuchtstrahlen auch wirklich rüberkommen. Und das ist so fein und so grazil, dass ich ehrlich gesagt zugeben müsste oder würde hier an der Stelle, dass ich das mit Blitzlicht mir gar nicht, also da müsste ich sehr häufig auf das Display gucken und dann wieder, das würde den Fluss unterbrechen. Und das wäre nicht unmöglich, keinesfalls. Das wäre aber deutlich schwieriger. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf die andere Sache mit dem Preis. Es ist natürlich so, dass dieses Flächenleucht, also der Newer Faltreflektor, das ist schabernackt, der kostet 29 oder 30 Euro bei Amazon. Also über das müssen wir nicht reden. Das Flächenlicht, das dahinter, 400 Watt Eingangsleistung, das ist ein halbes Vermögen. Kostet, glaube ich, 799 Euro bei Jim Bay Deutschland gerade. Ist natürlich auch eher für den Profi-Film-Video-Bereich gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ein Aufsteckblitz hätte ein vielfaches mehr an Leistung für ein Foto. Bedeutet, man könnte es mit dem Aufsteckblitz natürlich machen, aber es wäre immer halt so dieses Chimping, dieses draufgucken und überprüfen, draufgucken und überprüfen, während ich natürlich die ganze Zeit sagen kann, 10% weniger, 5% weniger und so weiter und so fort. Also, das war eigentlich schon der Trick. Jetzt ist es aber ziemlich schnell dunkel geworden. Am Ende geht es ja richtig fix. Ein Frontlicht, das so 45 Grad aus der Seite kommt. Hier so ein bisschen verrücktes Setup hinter mir aufgebaut. Absichtlich den Hintergrund so ein bisschen schräg gemacht. Ist ja so ein selbst gemalter Hintergrund, den wir gebastelt haben. Das Ganze so ein bisschen absichtlich eingebaut. So eine Teilung aus der Location mit dem Hintergrund. Und wie gesagt, 24-70, S1 fotografiert, Blende 2.8. Und die Einstellungen, die kann man ja dann gleich sehen. Es bringt jetzt nichts an dieser Stelle, diese Einstellung zu sagen, weil, wie gesagt, es hat sich eh viel zu schnell verändert. Aber ich glaube, die besten Fotos sind in der ersten Hälfte des Fotoshootings entstanden. Am Ende habe ich dann eher so tendenziell die Portraits und die Close-Ups gemacht, weil dann waren auch diese Strahlen nicht mehr so richtig BÄM. Aber gut, das wird aber jetzt echt krass dunkel. Das ist ja mal Licht aus. Ja gut, dann sage ich wie Peter Lustig. Ich weiß nicht, wer den nur kennt. Ausschalten. Und jetzt kommt Spongebob. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ihr seid ja immer noch da. Ich weiß nicht, wer das ist ja immer noch da. Die Vorbereitung von Spongebob. G saatte mega! Das ist scheiss! Vielen Dank.